Musik Bibliotheken sind einzigartig. Jeder und jede kann Bibliotheken nach Belieben aufsuchen. Sie sind Bildungsstätten, Begegnungsstätten und unglaublich beliebte Lernorte. Das Wissen, ob gedruckt oder digital, ist für jedermann zugänglich. Bibliotheken bieten unglaublich viele tolle berufliche Tätigkeitsfelder. In der TEB stehen analoge und digitale Objekte in keinem Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich wunderbar. Für mich als Restauratoren ergeben sich dadurch neue und spannende Tätigkeitsfelder. Bibliotheken haben die Aufgabe, ihre Bestände über Jahrhunderte hinweg zu bewahren. Dazu benötigen sie eine Buchbinderei und qualifizierte Buchbinder, um das Kulturerbe Buch fachgemäß zu bearbeiten und so zu erhalten. Musik In Bibliotheken kümmern wir uns darum, dass Daten aus der Wissenschaft, aber auch das kulturelle Erbe in digitaler Form dauerhaft für jedermann frei zugänglich bleibt.